Heute zeige ich euch mal wie ihr mit euren AR-15 nach Milchspeck kostengünstig trainieren könnt. Dafür benutze ich das neue 22er Wechselsystem. Ich zeige es euch jetzt mal jagdlich mit Schalldämpfer. Es funktioniert einwandfrei. Kürze Sicherheitsüberprüfung. Verschluss bleibt leider nicht offen, deshalb die Sicherheitsüberprüfung. Ich baue es jetzt mal schnell um. Das gute daran ist, als Jäger könnt ihr es euch mit Gewinde bestellen bzw. als Sportschütze ist es sportlich zugelassen. Ich habe hier noch ein Stainless Wechselsystem. Sportlich könnt ihr natürlich dann auch mehr wie die 3 Schuss schießen. Ich schieße jetzt mal 5 Schuss. Ich hoffe es hat euch gefallen. System funktioniert einwandfrei. Empfehle ich euch. Bis bald.